herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge auf irgendwo in thüringen wir machen heute noch ein bisschen missionsarbeiten mission heißt düngen mein mitspieler von von schweinehof kann es kann sie kann er aber schon richtig kann es kann sie er macht wissen gras arbeiten erspannen und er will isolieren und ich war ja silage für den bga richtig viel ein aber gut und lass ich mal arbeiten die zahlen ja so schlecht so viel spaß also wir werden von anhören so gerade kurs berechnet für feldnummer 29 und werden wir gleich mal starten ein bisschen geld verdienen ich bin mir arg verschuldet habe nicht viel für name ist auch so können wir mit einem anderen feld kümmern klopp 45 da haben wir auch noch mission zu machen aber immerhin dazu angekommen hat sich festgefahren ja da habe ich ja genau das habe ich super gemacht ich habe die wehrscher hingebaut und das hat die werkstatt stromkasten und wort sich der kopf fahrer der fahrer sich festgefahren stromkasten ich meine gut dass das ding kostet kein vermögen da kann man ja verkaufen ja dann immer daran denken wenn man wird errichtet hat man auch wieder mal sich da braucht man nicht hinfahren darf dieser kaputt der stromkasten nach der solide das ist kopf stahl ich glaube dass schadensmodelle gibt das wollen die hersteller nicht macht sich schlecht vor allen dingen heißen ja die eine maschine geht früher kaputt als die andere das ist eher das problem dass man jeden mal vertreten verkleist ist das hast du jetzt ja ohne du musst ja abzumal reparieren aber sich bei uns nicht noch als ich habe sehr gut mit die grad so schon aber das wäre sicherlich alle maschinen vergleich sein und daher ist nicht ganz so dramatisch aber dünger auffassen hier bevor wir das kaufen müssen wir haben ja nichts gut 30.000 haben wir ja das sägewerk das läuft nebenbei aber reich haben wir damit nicht die produktion noch kaufen für die banken einpacken papier oder in folie damit sind besser du brauchst den immer reich werden du bist der schon reich schön wär's mit dann noch böse wachen kommen die inflation steigt ja du steigt die mit lesen im ls nicht das stimmt aber real leben da gibt es schon gesehen wenn jetzt alle aufhören zu arbeiten oder oder die produktion drossel mehr oder weniger und dann irgendwann heißt der herr wir hatten eine schlechte ernte und so ne weil es ja trocken und schon geht der preis bei brot hoch oder bei bei brötchen und das einer am anderen aber gut das ist zukunftsmusik das ist auch vielleicht die chance dass man die merkel los wäre aber ich denke mal viele kannst den arsch treten und sagen wir noch danke dafür aber da kannst du mir glauben wenn der mittelstand reihenweise pleite geht dann ist bei der cdu kack am dampfen weil die ja da große wählerschaft haben dann haben sie ein problem sobald die umfrage wird herunter gehen dann ist es vorbei mit lustig wir haben die grünen schon wieder im bundestag gesagt die mögen doch die fördergelder für die autos erhöhen so miss kann man auch nicht kaufen und scheiß vor allem wenn der irgendwann weiß die batterien kosten so und so viel und nach acht jahren musste neu haben da weiß was auto kostet da kann man auch bekommen und da gibt es keine fördergelder mehr in acht jahren hier fällt auch noch jemand lang hier auf der wiese ich war auf dem feldweg nicht auf der wiese so wie es sich gehört ich habe mir so genau das regel komfort ach so mit pöttinger anhänger muss gas geben also langsam kommen hinterher fällt nummer 45 glaube ich was läuft du hinter mir auch weit weg weit weg der mit schwarzen rauch jetzt haben sie geschrieben diese meschstation für schadstoffe an den bestimmten stellen obwohl wenige autos fahren also viel weniger autos die werte haben sie nicht geändert die weg die messen immer noch viel dreck obwohl keiner mehr fährt die haben die messgeräte vor von vornherein manipuliert und denkst du zeigst du die luft könnte sauber sein du hättest die wiese beim silo kaufen müssen und so weit fahren muss ich mag ein bisschen fahren das macht voll spaß mit dem so guck mal 45 45 ist rechts von mir so hätte man umfeld nummer 45 dünn und dann gleich mal so klein der macht gescheit spaß der fände hat ordentlich power 45 glaube ich du merkst nicht einmal wann die zapfwelle eingeschaltet ist beim beim ladewagen du spürst gar nicht so wenn man gleich dabei bleiben hier damit wir das da können wir gleich mal spionieren was er da so treibt mit meinen zwei brauchen bei uns in der firma auch zum umsetzen ja die haben so einen alten statt dem alten schon dir aber der alte ist abgezahlt denke ich mal aber meine auch hast du ein paar bezahlt denn habe ich ein paar bezahlt ja das mögen die gar nicht wenn er bei der europäische macht wenn ich wenn er jetzt theoretisch ein auto kauf bei einer bei der autobahn prinzip ne da verdienen die ja doppelt erst erfüllt ihr das geld und dann ich bin gleich da bei dir guck oder treibst ich bin gleich da bei dir mit drei tausend schaufel meine kühe auf hunger die brauchen auch noch silage na jetzt ist der häcksel gut ey das ist ja Mist das ist ja ungerecht dabei kann es mal gleich beobachten ob die silage sind das weiß ich nicht ob du näher am rand prinzip ohne nichts rauskriegst wo keine flage wird bei mir ist hitze heiß wo bist du sagst du sagst du bist da unten feld nummer 45 ich mach dein feld fertig das wäre genau das richtige feld gewinnt für dich das glaub ich das ist glaub ich in dem beteil du hast du dumm oder wie naja schwer arbeiten nach oben für was besters das 40 ist ja viel größer naja das fällt nicht zu klein und vielleicht Leute was kostet überhaupt was kostet überhaupt 45 kostet 218.000 218 ja das zahlt aus der portokasse das geld habe ich auch aber leider nur für 0 dann schon kreditwürdig geworden nein ich kann höchsten zeug zahlen aber ich kann folgendes tun könnte meine mietfahrzeuge zurückgeben das heißt zumindest kann man den zurück geben jetzt haben wir nicht den gehen wir auch zurück die pinose behalten jetzt wieder holz machen und neue leid machen so aufwendig dass wir extra hinfahren müssen bisher so und schön zwei der dünner fahrer ist aktuell auf die erste runde hat er geschafft hat immer zweite war jetzt na ich arbeite mal die kleinen felder ab mit dem kleinen traktor das geht schau mal nach was wir noch machen können das wäre für 32 aber noch nicht zuerst habe ich geschimpft dass der helfer so langsam ist und jetzt komme ich nicht hinterher das hat er gehört 32 ach da das ist bei 67 32 du hast kurz vielleicht kein geld vorfällt du hast kurz vielleicht kein geld vorfällt du hast warten wir schon abend ja 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 klang geraten das kann täuschen fahren sie geht nicht an Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020